Die École Nationale d'Administration ist eine in Straßburg ansässige Grande École, die traditionell die Elite der französischen Verwaltungsbeamten ausbildet. Sie wurde am 9. Oktober 1945 von Charles de Gaulle ins Leben gerufen, um den Aufbau einer von der Wichy-Vergangenheit unbelasteten Verwaltung zu ermöglichen, Geschichte. Die Gründung der ENA war Teil eines Programms zur Reform der französischen Verwaltung, geleitet vom damaligen Generalsekretär der Partie Kommunist-Français Mauriz Ettoretz. Die Schule wurde in Paris eingerichtet, zunächst an der Adresse 56 Rue de Saint-Pérez, später an der Adresse 13 Rue de l'Universite. Edith Kressen setzte als Premierministerin im Zuge der bislang erhalbherzigen Dezentralisierungsbestrebungen 1992 gegen erhebliche Widerstände. Durch, dass die klassische ENA-Ausbildung nach Straßburg verlegt wurde, sie bezog dort das ehemalige Kloster Saint-Marc-Ride. Über zehn Jahre hinweg lief der Betrieb der ENA zugleich in Paris und in Straßburg ab, bevor 2005 der Umzug der restlichen Ausbildungseinrichtungen der ENA nach Straßburg abgeschlossen wurde. Damit einher ging auch die Integration des Instituts international der Administration publik in die ENA. Die Pariser Gebäude wurden von Sciences Po Paris übernommen. Die meisten ENA-Studenten sind Absolventen der Sciences Po. Zulassung Die ENA ist geprägt von den historischen Umständen ihrer Gründung, insbesondere vom Geist derer, die oftmals aus der Resistas kommend den Wiederaufbau Frankreichs übernahmen. Vor 1945 hatte es keine zentrale Ausbildungsstätte für die höheren französischen Verwaltungsbeamten gegeben. Um den Zugang zur ENA so gerecht und transparent wie möglich zu gestalten, wurde ein rigoroser Konkurr als Zulassungsverfahren eingeführt. Von jährlich etwa 3000 Bewerbern bestehen 120 DK Sekunden strenge Auswahlverfahren. Viele der ausländischen Studenten an der ENA sind Deutsche, die vom Deutschen Akademischen Austauschdienst ein Stipendium erhalten. Die ENA kooperiert mit mehreren ausländischen Hochschulen. Kooperation in Deutschland sind die Bundesakademie für öffentliche Verwaltung, Die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer, die Universität Potsdam und die Führungsakademie des Landes Baden-Württemberg. Ausbildung Aufgabe der ENA ist es, den zukünftigen höheren Verwaltungsbeamten eine fachübergreifende Ausbildung zukommen zu lassen. Die Gesamtdauer der Ausbildung ist 24 Monate. Die Schulzeit wird in drei Majul geteilt. Modul Europa mit 27 Wochen Dauer. Davon 17 Wochen in Form eines Praktikums in europäischen und internationalen Institutionen. Modul Territoire mit 33 Wochen Dauer. Davon 22 Wochen Praktikum in einer Präfektur oder einer Gebietsverwaltung. Modul Questioner Management Publix 27 Wochen. Davon 15 Wochen Praktikum in einem Unternehmen. Die Ziele der Studienphase, die aus Fallstudien, Gruppen und Einzelarbeiten besteht, sind die Vertiefung der Kenntnisse des Rechts, der Ökonomie sowie europäischer und internationaler Themen. Die Vermittlung von Verwaltungstechniken. Die Entwicklung der Fähigkeit in den Verwaltungswissenschaften zu forschen. Absolventen Französische Absolventen der ENA müssen nach dem Abschluss mindestens zehn Jahre im französischen Staatsdienst arbeiten. Viele Innerchen treten ihren Dienst zunächst beim Conseil de Leta, beim Rechnungshof oder in französischen Ministerien an. Einige verpflichten sich für den diplomatischen Dienst. Während Eintritt und Verbleib im Staatsdienst bereits mitbestehen des ENA-Auswahlverfahrens garantiert sind, hängt die Erlangung lukrativer Dienstposten zu Beginn der Beamtenlaufbahn entscheidend vom erreichten Klassment bei der Abschlussprüfung ab. Ein Großteil der französischen Spitzenpolitiker haben ihre Laufbahn als ENA-Absolvent begonnen. Alle bisherigen ENA-DH-Absolventen der ENA sind im Verzeichnis ANUER gemeinsam mit den ausländischen ENA-Absolventen aufgeführt. Jeder Abschlussjahrgang wählt einen Namen, mit dem beispielsweise eine bestimmte Person geehrt wird. Später werden die Absolventen dann als Mitglieder beispielsweise der Promotion Nelson Mandela bezeichnet. Die ehemaligen Vereinigungen wie die Association des Ancients Eleves d'Helena in Paris und die Gesellschaft der deutschen ehemaligen ENA-Schüler e. V. haben sich mit anderen ausländischen ENA-ehemaligen Vereinigungen zu einer Confederation zusammengeschlossen. Zu den bekanntesten Absolventen zählen Promotion Franz-Kombettante François-Xavier Ottoli, ehemaliger Präsident der Europäischen Kommission, Al-Eppeyer V. Minister, Promotion Union Française Claude Jason, ehemaliger Außenminister und EU-Kommissar, Promotion Europe Valéry Giscard d'Estaing, ehemaliger Staatspräsident, Promotion Franz Afrique Eduard Balladour, ehemaliger Premierminister, Gilbert Guillaume, ehemaliges Mitglied des Internationalen Gerichtshofes, Promotion 18 Juin Michel Rokat, ehemaliger Premierminister, Promotion Vorban Jacques Chirac, ehemaliger Staatspräsident und ehemaliger Premierminister, Promotion Alexis de Tocqueville-Michel Kemptessos, ehemaliger Direktor des IWF, Promotion Stendhal Lionel Ospin, ehemaliger Premierminister, Promotion Montesquieu Jean-Paul Costa, ehemaliger Präsident des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, Promotion Marcel Proust-Michel Pébeau, Vorsitzender von BNP Paribas, Promotion Thomas-Mont-François Leota, ehemaliger Verteidigungsminister, Jean-Claude Trichet, ehemaliger Direktor der EZB, Promotion Charles de Gaulle-Louis-Galouis, Vorstandsvorsitzender von EADS, Al-Aiope, ehemaliger Premierminister, Promotion François Rabelais-Laurent Fabius, ehemaliger Premierminister, Promotion Michel de l'Hospital Ronny Abraham, seit 2005 Richter am Internationalen Gerichtshof, Promotion Volta-Philippe Etienne, französischer Botschafter in Berlin, François Hollande, Staatspräsident, Ségoulin Royale, Umweltministerin, Kandidatin der Sozialistischen Partei für die französische Präsidentschaftswahl 2007, Michel Sapin, Arbeitsminister, Dominique de Villepin, ehemaliger Premierminister, Henry de Castries, Vorsitzender der Bilderberg-Konferenz, Promotion Leonard de Vinci, Jean-François Cirelli, Vorstandsvorsitzender von GDF, Promotion Fernand Braudel, Pascal Lamy, Generalsekretär der WTO und ehemaliger EU-Kommissar, Promotion Liberté-Légalité Fraterneid Jean-François Coup, ehemaliger Vorsitzender der UMP, Bekannte ehemalige deutsche Austauschstudenten an der ENA sind Wolfgang Schuster, Michael Jansen, Edda Müller, Gunter Pleuger, Reinhard Schäfers, Uwe H. Schneider, Joachim Bitterlich und Hartmut Bäumer. Kritik an der ENA Die ENA ist in Frankreich hoch angesehen, ihre Ausbildung ist begehrt, zugleich aber nicht unumstritten. Über die Jahre hat sich gezeigt, dass auch der neutrale Konkurr eine auffallende Homogenität der Studenten nicht verhindern konnte. Man fürchtet eine daraus resultierende Bildung eines gewissen Chorgeistes und einseitig anarchisch geprägte Sichtweisen, was faktisch zur Einengung der staatlichen Handlungsfähigkeit führen kann. Immer wieder werden Forderungen erhoben, nicht selten von ehemaligen Absolventen der ENA selbst, die Ausbildung, die Zulassung und die Verquickung mit dem Zugang zum öffentlichen Dienst zu reformieren. Im Zuge des Umzugs der ENA nach Straßburg ist zwar ihr Curriculum überarbeitet worden, ob dies die Kritiker verstummen lässt, bleibt allerdings abzuwarten. Mittlerweile rekrutiert sich die französische Elite nämlich nahezu ausschließlich aus einem Milieu, das gerade einmal 10% der Bevölkerung ausmacht. Auf dem Fernsehsender Arte wurde das vierteilige Drama Lehrjahre der Macht ausgestrahlt, das sich insbesondere mit diesen Kritikpunkten befasst. 2012 kam es in Frankreich durch die Präsidentschaftswahlen im Mai und die Parlamentswahlen im Juni zu einem historischen Machtwechsel. Zum ersten Mal seit 1981 wurde ein Kandidat des PS zum Präsidenten gewählt, in beiden Kammern des Parlaments bekam der PS die absolute Mehrheit. Zahlreiche der wichtigsten Ämter in Politik und Verwaltung wurden neu besetzt, viele Mitmenschen. Die Ende der 1970er an der ENA studierten und denen Mitterrand ab 1981 den Weg in staatliche Ämter ebnete. Untertitelung des ZDF für funk, 2017